Hast du jemanden, der draußen auf dich wartet? Machst du Schattenbox? Ich habe nichts verloren. Was machst du denn hier? Ich möchte mich auf den dreckigen Zellenboden werfen und lauthals lachen, bis ich heulen muss. Warum tust du es denn nicht? Deine linke oder deine rechte Hand? Welche soll ich dir brechen? Keine. Warum? Spätestens wenn ein Messer zwischen deinen Rippen steckt und du nicht schreist aus Sorge, andere zu stören. Bitte häng dich nicht eines Nachts auf, okay? Was? Willst du dich einsam? Komm mir nicht nochmal zu nah oder ich bring dich um. Ganz einfach. Ist die Realität denn so viel besser? Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020